Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Minecraft Projekt Pugna. Und heute werden wir nach oben kommen. So eine Schiffrost oben und dann geht einer Bäume fällen und einer sucht noch Zuckerrohr für Bücher. Und dann gehts ab in die Toiletten. Ja. 3, 2, 1, jetzt. Ja nice. Und da werden wir. Ich glaub schon nochmal aussehen. Ich werde jetzt mit meinen Spitzhagen sind 0 Sekunden hin. So ungefähr. Ja stimmt das ist ein leckeres Sonnigfleisch. Cookie. Ja so ich kann ja selber craften. Ich crafte noch mehr. Was? Ich kann nicht sehen. Ich habe schon wieder 34 Items. Da ist da neu. Oh, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich habe jetzt zwei gekriegt. Der Gug hat mir eine Zugwaffe. Ja, Viktor hat mir mitgecraftet. Ja komm. Ja. Achso. Ich habe schon ein paar. Ich meine das TNT. Er braucht mir schon so viele Couples. Er braucht mir schon so viele Couples. Ich habe keine Facul mit. Cookie. Ich habe jetzt immer Rotten Flaschen zu messen. Ja weisst das ja. Ist das wohl gerade ausbergrafen. Die Iron Rüstung habe ich weg. Mach das. Du hast sie doch im Moment da. Ja, aber ich habe jetzt nicht die Aufnahme gesehen. Wird schön verzauert. Aber es bleibt schon alles. Ja, das braucht man. Ja. Ja. Du hast schon gedacht. Ja. Du hast dann auch Alex einmal die Rüstung in die Wohnung geschmeißt. Kann ich mir eine Rüstung gehen. Genau. Ja. 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 Es ist interessant, oder? Ja. Hey, wir sind draußen. Ja. Hallo. Achso. Es hat das Unterhalb von draußen. Ich glaube wir sind unter dem Spawn oder so. Alles auf. Ja, ist cool. Die haben das. Die haben wir mal voll zurück auf. Achso, nein. Es ist ein Bär. So, ja. Boah. Ich sehe sie wie genau genau die Bohren zusammen ist. Was für Worte ist das? Hey, ist das ein Dark Oak? Das ist richtiges Wurzgewerben. Ich kann mich einfach einfach machen. Ja. Ja. Ah, man soll ihn weghauen, Philipp. Äh, den Körper. Also brauchst du die Leer. Ich muss ihn gedroppt haben. Hey, ich will jetzt schon mal. Guck, gehst du abbauen oder gehst du suchen? Nee. Nice. Boom. Ja, ich brauch die Baum. Guck, getraut schaub. Das heißt, Alex, du gehst Zuckerrafin? Ja. Aber ich muss viel mehr weghauen. Ja, bleib gleich drauf stehen. Ja, ist ja wurscht. Du tauschst einfach irgendwas aus. Aber guck, ist der auch noch zufrieden. Ja. Ja, aber da ist die ganze Zeit explodiert. Da dann auch drauf bauen, ist ja richtig schiss. Ich sage, im Puls, bei oben ist es Dark Oak. Scheiße. Echt. Ja. 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 Dann verzaubern. Willst du den Schädel gleich ausmachen? Nein, Spacer 60 war. Ich glaub schon, hat er 60 genug. Er hat da auch so lecker zu gossen. Du hast keine Hühnchen. Wir brauchen Kühe. Ah, wir haben ja dick genug. Upsi. Wir lassen uns mal von nichts ablenken, außer von Essen. Essen. Kühe. Sonst hast du 10 verschiedene Essenssorten im Winter. Ey, warum geht's denn? Eigentlich brauche ich etwas zum Essen rein. Du hast jedes Bleuschen einmal im Winter. Also so. Ich kriege alle die Viecher nerven, so Dermaten. Der macht das in die Nase. Ja. Das geht leider. Er hat jede 5 Sekunden Stempler. Ja, nur weil du die nichts wegspannen wirst. Da ist der erste Opfer. Echt? Ja, nice. Kann ich nicht ziehen. Hühnchen und Fehler brauchen. Hey, ich hab ja Fehler in den da gerade. Ja. Schau weg schon. Mit irgendeinem Backe. Irgendwie eaten wir uns vor kurzzeitig. Ice muss jetzt da, wenn hier Rottenfleisch ist. Wer ist das ganze Rottenfleisch? Zu guter Hamaschen. Der Skelett, der was die Geißen hat. War die für Hühnchen zusammen, oder? Er lasst die Hühnchen irgendwo. Außer los. Jo, wegen dir, aber immer nur. Scheiße. Mir. Ja, Schau. Sollen wir wegspielen. Was ist das denn? Geil, ich schau. Es sind 5. Es ist gekocht, glaube ich schon. Jo. So. Gut. Was ist denn mit Zombiefleisch? Jetzt ist es ja weg. Schau. Du hast schon 1 Minute verschissen mit Zombiefleisch. Geh das so. Oh, das ist ja nur Tag. Ey, es ist echt unlucky, dass wir immer... Ja, du hast es. Hast du viel Eis mitgebring? Und Level und Federn für Pfeile. Du denkst nie an die Pfeile. Ja, wo ist das wohl? Wir haben 5 Pfeile in 3 Pfeile. Ja, es reicht. Reicht. Reicht sicher, ja. Ja. Ja, ich rein da mal den... Wupp. Es war so lang. Beziehungsweise, ich kenne die ja eigentlich fast. Ein Boot. Da war eine Kuh. Eine Kuh brauche ich nicht. Ja, nee. Für Bücher. Ja. Ich glaube da hinten habe ich mehr Zubau gesehen. Hey. Ja, aber... Da hinten, schau. Schaut so nach Sumpf aus. Aha. Hey, das ist gut. Hey, geil. Und die Kühe... Ja, für was brauche ich Kühe? Na gut, dann muss ich wieder item weghauen. Leder. Hast du ja 8 Leder irgendwo da? Ja, aber ich kann auch eine Kuh vielleicht. Sag mir, was ich weghauen zu können. Ähm... Emeralds. Okay. Ich hab ja je eine Dua drauf gefunden. Ich sehe ja. Da war ja noch einer. Mhm. Na dann halt nicht. Sind sie versteckt? Ja, ich brauche... Ich fahre jetzt in der Kühe. Ja, wenn sie gerade neben dir sind. Da müsste man halt gleich den Zuckerraum anfinden in den Sumpfhörn da. Mach's wie letztens. Schalt den Shade aus und dann ziehen wir einen Unstack Zuckerrohr. Ja. Na, halt schalt den Shade nicht aus. Halt, wenn sie nicht im Neo gesetzt. Mhm. Aber ich glaube, der hat Schaden. Das ist aber mitgegangen. So schaut es zumindest aus. Ja. Aber der kann halt das ganze Spiel auch abgefunden. Doch. Na doch. Guck, wir haben schon mal einen guten Fund. Da geht's auch noch. Wir haben schon 17. Ich weiß halt unten wie in deine Hand, damit wir es sehen gefunden. Ich weiß nicht. Der Walter gefällt mir nicht ganz so gut so. Und dann war die großen Baume da. Robfen ist nix gut. Eisenbring und Aal. So muss man das machen. Mhm. Du musst halt immer Kühe brauchen, Philipp. Das ist Zeitverschwendung. Du brauchst aber die Leder. Du brauchst aber die Leder auf den Büchern. Ich hab. Das ist Earth Leder. Ja, du willst dir 20 Kühe machen, oder? Ja, dann brauch ich weiß nicht wie viel. Du rechner 20 Mal. Mal drei. So viel Zuckerer brauchen. Ja, du hast dich. Ja. Ich geh das einfach komplett aufbauen, du Schnau. Wer macht das? Der muss ja an der Bild Zuckerer mitnehmen, oder? Ja, jetzt schau dir die echten Schäden an. Ja, jetzt schau dir die echten Schäden an. Das dauert. Das dauert. Das dauert. Das dauert. Das dauert. Ich guck, ich weiß noch. Alter, ich hoffe, er stirbt nicht. Ey, es geht nix weiter. Das dauert gar nicht. Boah. Das war so. Zum Glück hast du dich ja. Das dauert gar nicht. Der ist auf dem da links. Es ist ja auch nicht ganz so. Bist du da schon da her? Ja, aber... Es ist doch überall kein Zuckerer ist. Hier hat er einen Gang. Das geht auch nicht. Das soll überhaupt machen. Das ist auch für D&D. So, aber weit im Sofa. Muss man auch merken. Eigentlich hast du da Fakli hergestellt. Irgendwo wäre auch nicht hergestellt, kann sein. Ja, so dreißig kommen wir schon. Ich hab die Border. Ja, wir sind entlang der Border. Wir sind jetzt den Bauch entlang gegangen, zum Sumpf-Piom. Und dann noch weiter gegangen, den Bauch entlang. Ich könnte die Coyzer gerne sagen, wenn du willst. Außer du weißt, wo ich bin. Ja, das ist ein Oak-Bord. Wo gehst du, wie viele Eifel hast du? Ah. Ja, dann komm mal zu mir, ok? Wieso? Ja, weil mir da den Baum und den Wald abfallen, der sieht ja gut aus. Ja. Ich bin da gerade in so einem guten Wald. Also nein, dann passt es. Ja, passt schon. Das wird schon mal angesehen. Ich hab schon 51. Da hinten sind noch mehr. Ja, wie, wenn, wie, hab ich so viel? Ja, dass ich zum Schluss zu wenig Leder doch hab. Ja, du hast bis jetzt zu wenig Leder. Ja, 14 mal 30. 30. 12. 42. Ja, 30. Ja, Zucker was und 10 Bücher hast denn du? Ja, Zucker was und 10 Bücher. Ja, Zucker was und 10 Bücher was denn du? Da kommt's. Da kommt's. Ja, okay, bisschen Leder brauchen. Ja, jetzt kannst du sonst Bücher machen, oder? Oh ja. Das heißt, da brauchen wir leer. Zucker aus, aus der Bord. Mhm. Die haben zwar wie Leder. Das war. Okay, das ist gut. Ja, Leder werden wir schon noch machen. Ich will ihn wegschmeißen, Rides-Dop. Das sieht gar nicht Rides-Dop. 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 Ja, okay. Nein, ich werde wahrscheinlich noch mehr Zucker was suchen. So lange werden wir ihn nicht mehr haben, die von der Folge her gesehen. Nein, das reicht sowieso lang zum Morgen. Ja, 6 Zucker was sollte reichen, oder? 20 Bücher. 20 Bücher. War er nicht klein, oder bleibt ihr gleich? Ich weiß hier gerade gar nicht. Ich bin da irgendwo wo... Irgendwer Holz... Oh, da sind Äpfel da an einem Holz gefarmt. Warte, was soll ich weg haben, Philipp? Ähm... Du hast so von verschiedensten Fleischarten. Ich habe gerade ein bisschen... Ich kenne das. Aber ich kann dafür gut sein. Wo bist du denn eigentlich? Bei großen Bäumen, oder eher so... Nein, bei Augwood. Kleine... Kleine... Aug... Standard Bäume. Ist das denn bei mir oder nicht? Nein, der hat auch nicht viel gebaut. Mhm. Ich müsste langsam einmal brutzeln gehen. Ja, da war einer. Da wird nicht viel... Ähm... Zucker auch mehr sein. Wieso schlimmst du genau da rum? Ja, weil ich... Keine Ahnung was mache. Ich könnte mich ja... Ja, wenn es zwei Diffes geht es nicht mehr. Ja... Ah... Offiziell? Eigentlich hast du jetzt App für Kunden. So... App für einen, ja. Das ist vielleicht nicht früher, aber... Gehst du zum Cookie? Ja... Das muss reichen. Ja. Sonst fahren wir nur 500 Mal. Und da war einer, verstehst? Mhm. Wenn da einer war, dann haben wir nicht so eine große Chance auf Zucker war. Achso, du willst da... App für Frauen. Nein, guck ich, wo bist denn du eigentlich? Da, ganz an der Border. Also, ein Bock rechts von mir ist Border. Okay. Ja, bist du... Ja, bist du... Ja, bist du... Ja, aber in welche Richtung bist du gegangen dann? Ja... 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 Ähm... Minus 980 und minus 23. Oh, da sind die Äpfel. Drei Äpfel. Jaaa... Jetzt läuft's. Ich bin richtig? Ich habe minus 900. Ja, du gehst gleich richtig, ja. Da ist der vierte Auffall. Ja, schau bitte. Ich hab's wenig gemerkt. Du hast der fünfte Auffall. Ja... Boogie, siehst du zum Fion? Ja... Ja... Ich weiß nicht, wo genau was Fion das ist. Das ist... Das ist... Ja, sind da... So mit Lianen bei mir. Ja, passt. Ja, passt. Ah, da hinten. Ja, wir haben dich gefahren. Ja, passt. Boogie, wenn ich mal über die bin, dann mal essen wollte, weil... Ich hab... Ja, ich weiß nicht. Das war gut, oder was... Alles alt. Ah... 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 Haben wir noch Leder? Ja... Ah... Ah... Das... Wo sind meine Apfer? So... Das ganze Fleisch... 60 Sekunden, okay... 60 Sekunden... Links oben... Ist Fleisch... Ziemlich sogar... Hallo Arnold... Oh, du bist schon fleißig, guck ich. Sehr gut. Ja... Ist das ganze gut, deine Schuptwarten? Ja... Ich guck, ich schau, wie es mit Leder geht. Ah, was machen wir? Passt, die bleibt... Die Praten sind... Ich hab schon... Du sechs Leder? Ja... Ich werde das jetzt nicht alles aufsteuern und dann nicht abbauen. Ich will nochmal einmal kurz mit dem Rennen, dass ich den Apfel gleich liegen lasse. Wie denn da hinten? Ja... Ich bin gut, der Apfel, guck ich... Da hinten der Border drin und parkt, nice. Guck ich, soll ich dann lieber die Sachen mitnehmen oder soll ich die lassen? Ich kriege den Apfel und dann aus der Border. Nooo... Guck ich, soll ich die Öfen da stehen lassen oder dann mitnehmen? Ja, lass es stehen. Ja, lass es stehen. Nehmen wir sie gleich mal am Schluss auf. Na ja, stimmt. Ja... Danke fürs Zuschauen... Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts von verbaßen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüs. Vielen Dank.